Die Reiche der Welt werden vergehen. Jesu Augen sind wie Feuerflammen. Lassen wir uns von solchen Vorbildern anspornen. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur vierten Sendung der sieben Sendschreiben der Johannes-Offenbarung. Das vierte Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde in Thyatira. Was wissen wir über Thyatira? Die Stadt gehörte zur römischen Provinz Asia und lag in der Landschaft Lydien, 60 Kilometer südöstlich von Pergamon an der Hauptstraße, die von dort weiter nach Sardis, Philadelphia und Laudezea führte. Die Stadt war die unbedeutendste und unauffälligste der sieben Sendschreiben. Sie war von Handel und Handwerk geprägt. Zu den archäologisch am besten belegten Gewerbezweigen zählten die Metallverarbeitung und die Textilfärberei. Das passt ausgezeichnet zu einem Bericht, den wir in der Apostelgeschichte finden. Als Paulus in der Stadt Philippi das Evangelium verkündigte, begegnete er dort einer Frau, die sich für das Evangelium öffnete. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpur-Händlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Die Purpur-Händlerin kam in Europa zum Glauben an Jesus. Aber auch in ihrer Heimatstadt in Kleinasien wurde die gute Nachricht gepredigt. Fanden Menschen zum Glauben und es entstand eine Gemeinde. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, Das sagt der Sohn Gottes. Der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Jesus stellt sich der Gemeinde als der Sohn Gottes vor. Nur an dieser Stelle in der Offenbarung verwendet Jesus diesen Titel für sich, der bereits tausend Jahre früher in Psalm 2 in Verbindung mit dem Messias genannt wird. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Dort im zweiten Psalm finden wir außerdem die Grundlage für die Überwinderverheißung am Ende des Sinsschreibens an die Gemeinde in Thyatira. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Jesu Augen sind wie Feuerflammen und seine Füße wie Golderz. So hatte Johannes den verherrlichten Gottessohn gesehen. Wir lesen es im ersten Kapitel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Das im Feuer geläuterte Golderz steht für Beständigkeit und Dauer. Im Propheten Daniel sieht Nebukadnezar in einem Traum eine Statue, die für die Weltreiche der Erde steht. Diese Statue steht auf tönernen Füßen, die durch das kommende Gottesreich zerschlagen werden. Die Botschaft ist klar, die Reiche der Welt werden vergehen. Gottesreich aber kommt und wird ewig bleiben. Jesus und sein Reich stehen nicht auf tönernen Füßen, sondern aus Füßen aus Golderz. Jesus hat den Tod überwunden. Er und sein Reich bleiben in Ewigkeit. Jesu Augen sind wie Feuerflammen. Das bedeutet, dass seine Augen alles durchdringen. Vor seinem Blick ist nichts verborgen. Von seinem himmlischen Thron sieht er die ganze Welt, alle Menschen und alle Gemeinden. Er sieht auch sie und mich heute an diesem Tag. Er kennt unsere Lasten, Sorgen, Ängste und Nöte, auch unsere Sünden. Seinem richterlichen Blick entgeht nichts. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Die tätige Nächstenliebe der Christen in Thyatira. Jesus sagt weiter, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Jesus sieht in dieser Gemeinde Christen, die sich wirklich einsetzen für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für die Glaubensgeschwister und für die Ausbreitung des Evangeliums. Jesus sieht die Werke, die Liebe untereinander, den Dienst an den Kranken, den Schwachen, Armen, Weisen und Witwen, den verfolgten oder inhaftierten Glaubensgeschwistern, geduldiges Ertragen und das alles je länger, je mehr. Welch ein schönes und ermutigendes Zeugnis stellt der Herr den Christen in Thyatira aus. Wieder passt das sehr gut zur purpurhändleren Lydia aus Thyatira, die in Philippi lebte. Als sie sich zu Jesus bekehrte, öffnete sie sofort ihr Haus für Paulus und seine Begleiter. Ja, sie nötigte sie förmlich, um sie bei sich zu bewirten und zu beherbergen. Echte Gastfreundschaft, Werke der Liebe und des Glaubens, der Dienst am Nächsten, ganz praktisch und sicher auch bei Lydia, je länger, je mehr. In der griechischen Sprache steht hier der Begriff Diakonia. In der Jerusalemer Urgemeinde wurde dieser Begriff verwendet, als es um die tägliche Versorgung der Witwen ging. Die Christen in Thyatira waren dienende Christen, die an der Not des Nächsten nicht achtlos vorübergingen. Lassen wir uns von solchen Vorbildern anspornen und aus Liebe heraus dem Nächsten dienen und Gutes tun. Öffnen wir unsere Häuser, haben wir ein offenes Wort für die, die Trost benötigen und eine helfende Hand für die, die Hilfe brauchen. Je länger, je mehr. Das sind die Werke des Herrn, die ihm gefallen. Der Tadel nachlässiger Duldung Doch der durchdringende Blick Jesu sah nicht nur Lobenswertes in Thyatira. Aber ich habe gegen Dich, dass Du Esebel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt, meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Ich habe gegen Dich. Bereits dieser Satz hat es wirklich in sich. Aber ich habe gegen Dich. Haben wir uns eigentlich je überlegt, ob dieser Satz auch unsere eigene Kirche oder Gemeinde treffen könnte? Haben wir uns je überlegt, ob dieser Satz auch uns persönlich gelten könnte? Möge dieser kurze Satz uns aus unserer Selbstgefälligkeit herausreißen. Prüfen wir doch ehrlich, wo dieser Satz auch uns selbst und unseren Gemeinden gilt. Wer war Esebel? Manche Ausleger meinen, dass Esebel die Ehefrau des damaligen Gemeindeleiters Karpus war. Auch wenn einige Handschriften in diese Richtung deuten, können wir das nicht genau wissen. Vielleicht ist es auch eine bewusste Anspielung auf die alttestamentliche Esebel, die sidonische Ehefrau von König Ahab. Denn diese galt als der Inbegriff von Hinterhältigkeit, Boshaftigkeit, Habgier und Götzendienst. Wir erinnern uns an die Förderung des Baalskultes, die Ermordung der Propheten, die Zerstörung des Glaubens, die hinterlistige Ermordung Nabots aus Habgier, damit Ahab in den Besitz des Weinbergs kommen konnte. Das alles war Esebel. Als Prophetin lehrt sie, was nach apostolischer Lehre einer Frau eben gerade nicht erlaubt war. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Mit ihrer Lehre verführte Isabel die Knechte des Herrn, also die anderen Mitchristen, Hurerei zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Eine Verführung, die inhaltlich nicht zu unterscheiden ist vom Rat Biliams, den wir bereits beim Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon kennenlernten. Die falsche Prophetin verführte zu ausschweifender Sexualität, ehelicher Untreue und zur Teilnahme an Feiern zu Ehren fremder Götter. Götzendienst. Wenn Jesus von den tiefen Satans spricht, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Lehre Isabels einen esoterisch-okkulten Hintergrund hatte. Was tadelte Jesus? Was war der Fehler der Christen in Thyatira? Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Es war die nachlässige Duldung der falschen Propheten. Man erkannte wohl, dass ihre Lehren unbiblisch waren, aber man ließ sie dennoch gewähren. Das Dulden falscher Lehre und Praxis, das war das Problem. Man ließ sie gewähren, man traute sich nicht einzugreifen, man wollte vielleicht tolerant sein und niemandem wehtun. Vielleicht war es auch die Angst vor dem Konflikt. Man wollte die fromme Harmonie nicht stören. Jesus ist hier eindeutig. Ich habe gegen dich. Falsche, also unbiblische Lehre und Praxis müssen in der Gemeinde angesprochen, aufgedeckt und korrigiert werden. So lehrten es auch die Apostel. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Vielmehr habe ich geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die da draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Nach biblischer Lehre muss es in den Gemeinden auch Gemeindezucht geben. Das bedeutet, dass die Gemeindeleiter falsche Lehre und sündiges Tun anhand der Bibel aufdecken und korrigieren müssen. Wenn jemand nicht bereit ist, im Sinne der Bibel umzukehren und trotz mehrfacher Ermahnung bei der unbiblischen Haltung bleibt, muss er in letzter Konsequenz auch mit dem Ausschluss vom Abendmahl oder sogar der Gemeinde rechnen. Das meint der Satz, verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Und genau daran hat es in Tüatira eben gefehlt. Und es ist genau das, was in vielen Kirchen und Gemeinden heute vernachlässigt wird. Das nachlässige Dulden falscher Lehre und Praxis in unseren Gemeinden zerstört sie von innen heraus. Jesus sagt auch uns heute, aber ich habe gegen dich. Wenn Gemeinden geistlich überleben wollen, werden sie Gemeindezucht einüben müssen. Der Herr hatte Isabel Zeit zur Umkehr gegeben. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Hier wird der griechische Begriff Metanoia verwendet, also das durch den Heiligen Geist bewirkte Umdenken, das zu einer Neuausrichtung des Lebens führt, zu einer Abkehr vom Bösen und einer Hinwendung zum Guten. Gott ist geduldig. Er gibt Zeit. Auch Isabel gibt er Zeit. Auch uns gibt er Zeit. Doch gefährlich wird es, wenn Menschen wie Isabel nicht umkehren wollen. Das Festhalten an falscher Lehre und einem sündigen Lebensstil hat Folgen. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Jesus warnt hier sehr nachdrücklich. Wer unbiblische Lehren vertritt, in Sünde lebt und andere verführt, muss mit harter Strafe rechnen. Die Bibel lehrt deutlich, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das könnte auch bedeuten, dass Menschen aufgrund ihrer Sünde starben, wie wir es aus dem Bericht über den Tod von Hananias und Safira aus der Apostelgeschichte kennen. Was lernen wir daraus? Nehmen wir bitte falsche Lehre und die Verführung zur Sünde nicht auf die leichte Schulter. Prüfen wir bitte anhand der Heiligen Schrift, wie wir biblisch lehren und leben sollen und kehren wir dort um, wo es geboten ist. Denn nicht nur Türtierer wird hier gewarnt, sondern alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Das Sendschreiben schließt mit drei wunderbaren Zusagen für die treuen Christen in Türtierer. Euch aber sage ich den anderen in Türtierer, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer sich der Lehre Isabels hingab, musste mit schwerer Strafe rechnen. Wer sich aber an das Wort Jesu und der Apostel hielt und daran festhielt, dem sollte keine weitere Last auferlegt werden. Der Herr Jesus kommt wieder. Bis dahin wollen wir treu und standhaft am rettenden Evangelium und dem klaren Wort der Heiligen Schrift festhalten. Und nun die zweite Zusage, die sogenannte Überwinder-Zusage, die wir in jedem der sieben Sennschreiben hören. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Wie die tönernden Gefäße werden sie zerschmissen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Wir haben bereits gesehen, dass diese Zusage sehr eng mit Psalm 2 verknüpft ist. Wenn Jesus Christus auf diese Erde zurückkehren wird, dann kommt er nicht mehr verborgen, sondern mit großer Macht und Herrlichkeit sichtbar für alle Menschen der Erde. Es wird ein weltumspannendes Ereignis sein. In der Offenbarung wird es im 19. Kapitel beschrieben. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, das er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Seine Gemeinde wird er am Weltgericht beteiligen, So wie auch der Apostel Paulus schreibt Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das ist die zweite Zusage an die Christen in Türtyra, die Teilhabe an seinem Regiment und Gericht. Und nun zur dritten Zusage Ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt? Wer ist der helle Morgenstern? Die Antwort finden wir im letzten Kapitel der Offenbarung. Es ist Jesus selbst. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Der Ausleger D.E. Johnson schreibt, Jesus verheißt seinem Volk nicht nur Herrschaft, sondern auch einen noch viel größeren Schatz und eine viel tiefere Freude sich selbst. Mit dieser wunderbaren Zusage möchte ich schließen, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Gottes Segen wünschen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020